und da sind wir zurück und wir wollen machen einen flug aus in wüste mit muckiana hallo servus und an proximos wüstenreiter prime und wir gehen raus aus haus und hoffen auf nicht hund ich sage jetzt nicht dass ich büstenhalter verstanden aber egal ich setze noch die spikes die ich gemacht habe mein kämmer mach das mal ein bisschen holz weg holen da wollte ich mein frame setzen und war zu spät wir haben es nicht im text hat geschrieben also es ist okay stimmt wir sind ich nehme ich nehme die schuld vollkommen auf mucki kommt ihr mal runter ich habe eben schon asra getötet also seid froh proxy du kommst nach soll ich mal die gläser wasser mitnehmen die leeren 18 leere wo sind die denn gewesen die waren in der essenskiste warum auch immer also ich habe gerade 35 oder so angestellt ja die sind aber stehen geblieben ja weil wahrscheinlich kein holz mehr da drin ist ja so wo war die wüste nordwesten da wo wir hinrennen wollen wir das dann dies machen also ja fertig pfeile breit jetzt wieder wölfe wölfe hinter uns her wollen nur ein eidren das restliche fleisch auf jeden fall weg hier war doch ein blueberry ne naja wüste erreicht mal kucken wir mal da sind franz das bestimmte gegnerische spiele ein baumhaus ja doch das stimmt gegnerischer spieler ich sehe da einen händler von hier die spitzen siehst du hinter den bäumen das ist jetzt quer rüber oder was hast du vor zur wüste also ich laufe erst noch ein stück lang weil es kürzer ein zombie schnee büste müssen zu dem haus da hoch er hat keine richtigen wüste behalte ich auch das werden ja nur 67 schnee zammel ist doch das ist ja gar nicht da reichen ja die 50 feile die ich gerade so meine achse ist kaputt die meinte aber wir können die schnee zammels auch durch die wüste schicken kaktus 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 stamina ist unten ich brauche eine sekunde deswegen bin ich immer mit wenig stamina durch weil du mit deinem wieder eine wolfshaube mit deinem mit deinem sprung und sie schaffst es nämlich auch recht schnell jetzt geht das theater wieder los da steht es haben wir auf zwölf uhr ach so ja lassen lassen laufen beim reifen ok wo ist denn jetzt eigentlich darfst du hier oben wo ist die wüste aus der schnee sehe ich hier nix ja ich gerade auch nicht immer ein bisschen querer nordwesten 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 eigentlich nordwesten westen ja hier sind übrigens snowberries also falls du was mitnehmen magst ich habe keine stamina leute ist zu kalt ja genau das ist zu kalt das ist das problem ja ich komme soll ganz langsam daher ich muss hier raus das ist echt zu kalt leute ja unter kühlung dritte stadion ja das wird so nix also da werde ich drauf gehen da werde ich jetzt erstmal drauf gehen oh shit die wüste sah aber näher aus ja dann nicht auch proxy link gerade ab ich laufe mal ein bisschen richtung wasser zurück ne da ist ein zombie der wird mich kämpfer da kommen zwei zombies auf mich zu falls einer zeit hat unter euch gerade ich komme mit meiner stamina ich habe keine stamina leute ich kann nicht zwei klatsch hättig ich gehe wieder ins wasser ich komme mit ins wasser zu ja geh ins wasser ja geh ins wasser ja geh ins wasser ich mach dir noch ne chest ich hab noch ein schneepulli dabei hier hier okay du kriegst vier fünf leute hinter dich ist noch verschlossen ja hier ist auf und schnell weg zumindest mal einer pfuh okay ich stehe am lagerfeuer sehen das lagerfeuer und alle sind weg ein ei verdammt ich hätte jetzt beide gebraucht verdammt ich habe nur noch 30 feile es dürfte ein bisschen schwierig werden es sind nach vier stück wie soll ich die vier ja du hast mindestens vier ähm lauf weg das wird zu heftig ich pack die nicht mit 31 feilen auf jeden fall ich ich habe die beiden hier am wasser hier oben ist noch ein geier oh kinder weit ist denn die wüste weg da kommt jetzt noch ein schweinchen runter ja lass kommen ich glaube der straße mal nach mir kommt noch einer damit ich zumindest mal mitteilen kann wie weit die wüste weg war wenn ich gestorben bin ja soll ich irgendwas mitbringen wünsche essenswünsche nö klamotten wünsche äh heilung alter schwede also ich sehe hier immer noch nur schnee 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 kann doch nicht sein die war doch gar nicht so laut oder haben wir uns da so verguckt vielleicht haben wir den berg hier als wüste identifiziert was weißt du ja das ist aber ich sehe das haus noch nicht mal was wir auf der entfernung gesehen haben ich trinke jetzt mein letztes wasser das ist das was mich wundert das haus ist weg ich krabbel jetzt hier mal ganz hoch na der ist ein schnee zombie das gefällt mir grad nicht ich hab ein rohr gefunden aber ich hab jetzt eher nen pappercode gewünscht also ich lauf grad Richtung mucki runter äh hier sind vier drei der vier im wasser unterirdisch die und einer folgt dir einer kommt noch zu mir so also ihr seid out of stamina und da kommen noch welche den berg runter ich bin jetzt ganz oben auf dem gipfel du bist ja auch im wasser ok hier ist keine wüste das ist dann haben wir uns da verguckt also vorne aber auf jeden fall ein bisschen sand schade dass wir keine wüste noch mal richtig hier ist überall noch schnee egal wo ich hingucke das sagt in die map hast du auf der map wüste freigepflegt weil ich hab auf der map auch nur schnee ich hab nichts ich sehe nix anderes sie ist nur schnee na dann endloser schnee dann wird da auch nix mehr kommen ne so in absehbarer entfernung nicht schade haben wir uns mächtig verguckt leider aber noch sechs pfeile gefangen immerhin ok und plastik und ein bisschen leder von oben kommt noch einer ja hast du den oben im auge dann gucke ich auf die unten ja hier ist noch ein haus aber sonst ist hier wohl nix ab ins wasser das macht die geier hier im schnee das gibt's doch nicht das weiß ich auch nicht genau da waren aber eben zwei dreier kannst du den lager feuern hinterher wie gesagt wenn das hier die astraksche manipulation wäre hätte ich gesagt okay normal oder so strange probier jetzt noch mal ein stück weiter zu gehen ich komm mal zurück ja wo ist denn der zombie in der hier grad kam im wasser ja stamina ah der läuft hier hinterher glaube ich ja das kann gut sein ich hab ja nur ein nest gefunden ah dann schade nehmen wir wie ist das ein bisschen holz mit äh ok ok der zombie hat mich davon abgehalten das ist blöd das ist blöd jetzt hab ich grad ein bisschen arschkarte drei schnittsombies am popo und keine stamina mehr äh also keine heißt bei mir unterfirmen äh ja stimmt bei dir heißt das ja was anderes ich muss ja noch ein bisschen luft lassen zum nachbrenner zünden ich hab noch zwei nester gefunden ich hab noch zwei nester gefunden ok machen wir mal so ähm was sagen die hier ja ja gib mir noch eine minuten ich hab gleich nochmal fünf hinter mir äh wo wollen wir hin ich hab noch ein paar im wasser wo wollen wir hin zurück ich würde eigentlich schon fast wieder zurück gehen und dann lieber sichern für die haule ja weil so wirklich sinnvoll ist das jetzt hier nicht ich hab nur noch zweieinhalb tage bisschen an wasser rum ok gleich kommt ein zombie aus dem wasser raus rot ich hab nur noch 26 grad obwohl ich ähm papa code anhat also ach so ich wollte grad fragen weil sonst könnte ich ja dann wieder gehen ja gut ich tausche die nur aus ich glaub wir gehen dann aus der ecke hier ich bin im wasser ich schwimme auch so langsam zurück ja ich auch ich muss auch ins wasser 19 grad das ist nicht gut schon gehts wieder hoch er wärmt sich bei 25 grad ja wir treffen uns dann in der stadt äh am haus ja so geh mal kurz hier nochmal gucken ja ich komm mal mit da 33 34 das ist keine wüste ne wie kann man wie haben wir uns denn da verguckt verdammt ja das weiß ich auch nicht genau wir haben das distant terrain anscheinend irgendwie gesehen aber es ist wahnsinn wie weit wir dann geguckt haben hier ist noch ein nest vor dir kommen zombies vor sich proxy also auf entfernung am horizont sehe ich welche wird ja gern noch ein bäumchen mitnehmen na gut dann halt nicht ich habe wieder besuch ja ich auch jetzt ein bisschen rückwärts gehe hoffe ich keiner kommt du schlecht geh ins wasser als wasser da ist mitunter kühlung ist ja kann sich das gar nicht mehr bewegen genau ja das wird jetzt knapp komm nicht mehr scheiße wir sind zu weit weg wie du mein wasser muss ich renne mal hoch das problem ist glaube ich gerade eher bei aldo zu finden als bei uns hier ja deshalb bin ich dazu also ach so du bist schon weg nein das war kein tag shit echt jetzt na super zehn verkackte sekunden und ich renne bei dir gewesen ja bin gerade an dem rucksack jetzt vorbei ja es geht so schnell das problem hatte ich mit proxy ja auch mal gehabt dass wir da gar nicht mehr aus der gefahrenzone kam naja damit sind wir gestorben gut dass es bisher nur ein zuschauer gesehen hat das wird es wirklich schlimm ja 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 ja